Hi, hier ist der Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr in Google-Tabellen drei Spalten oder Spaltenbereiche in eine einzige Spalte bringen könnt. Das geht super einfach und als zweiten Schritt zeige ich euch auch, wie ihr ganze Bereiche auch genauso untereinander anordnen könnt. Und dazu verwenden wir die Funktion Sort. Das geht wirklich super einfach und ihr seht ja, ich habe hier drei Spalten und wir werden jetzt hier in Zelle A1 mal alles zusammenfügen. Ich wähle die Zelle aus, wo ich das machen will, gebe ein Gleichheitszeichen ein und schreibe Sort, Klammer auf. Und das Coole ist, ich werde das mal hier kurz schließen, das Coole ist, wir können in geschweiften Klammern mehrere Bereiche angeben. Das heißt, ich gebe eine geschweifte Klammer ein, schreibe dann, um die gesamte Spalte auszuwählen, und zwar die gesamte Spalte B, schreibe ich einfach B Doppelpunkt B. Dann gebe ich ein Semikolon ein und das ist sozusagen ein Trennzeichen dafür, dass ich jetzt die nächste Spalte auswählen möchte. Jetzt will ich natürlich auch C und D und dementsprechend schreibe ich C Doppelpunkt C Semikolon und D Doppelpunkt D. Jetzt habe ich alle drei Spalten ausgewählt, gebe dann wieder eine geschweifte schließende Klammer ein und jetzt muss ich noch eingeben, wie ich sortieren will. Und zwar auch mit einem Semikolon, also der erste Parameter von der Sort-Funktion ist ja dieser Bereich hier. Eigentlich gibt man ja hier meistens nur eine Spalte oder einen Spaltenbereich an, aber wir haben gleich mehrere Spalten eben halt auch durch Semikolon getrennt und in geschweiften Klammern eingetragen. Und jetzt kommt der zweite Parameter der Sort-Funktion oder Sort-Funktion und der gibt an, nach welcher Spalte sortiert werden soll. Und wir haben ja hier nur eine, also geben wir eine 1 ein und dann als nächsten Parameter wieder nach einem Semikolon geben wir an, ob aufsteigend oder absteigend sortiert werden soll. Ich gebe eine 1 ein für aufsteigend und dann fehlt noch die schließende Klammer und wenn wir jetzt Enter drücken, dann wird schon alles untereinander eingetragen. Ihr habt gesehen, total easy und ich werde das nochmal machen. Ich werde hier einfach mal jetzt eine 0 eintragen und dann wird das absteigend sortiert, einfach eine 0 als letzten Parameter und ihr seht, das Ganze dreht sich um. Also total easy. Das ist eine Möglichkeit und die zweite Möglichkeit ist natürlich, wir können jetzt hier genau das gleiche machen, müssen halt nur den Bereich etwas erweitern. Ich trage das diesmal hier ein, weil wir haben ja jeweils immer zwei Spalten, die zusammengehören sollen. Ihr seht ja schon die Zahlen 1 bis 10 und der Text dazu und als Ergebnis möchte ich natürlich auch beides haben, deswegen lasse ich jetzt hier eine Spalte noch frei. Und wir machen genau das gleiche. Das heißt, ich gebe ein Gleichheitszeichen ein, schreibe sort, Klammer auf, wähle mir diesmal Spalte H und I aus, aber wir brauchen wieder geschweifte Klammern, damit wir halt den ganzen Bereich angeben können, also die drei Bereiche. Also in geschweiften Klammern H, Doppelpunkt I, jetzt wird sozusagen die ganze Spalte H und I ausgewählt, dann gehen wir in Semikolon ein, dann die gesamte Spalte J und K, wieder ein Semikolon und dann L und M. Dann wieder die schließende geschweifte Klammer, ein Semikolon, dann kommt der zweite Parameter von Sort und hier können wir jetzt entscheiden, ob wir nach den Zahlen oder nach dem Text sortieren wollen. Ja, wir fangen erstmal mit den Zahlen an. Ich gebe hier eine 1 ein, einen Semikolon und noch eine 1, damit wir aufsteigend die Zahlen sortieren können. Schließende Klammer, Enter gedrückt und schon haben wir aufsteigend nach den Zahlen sortiert. Jetzt ändern wir das einfach nochmal. Ich trage jetzt hier eine 2 ein, dann wird absteigend nach den Zahlen sortiert. Zack, hat jetzt aber gerade nicht funktioniert. Warum nicht? Ja, stimmt. Es gibt ja, war mein Fehler, es gibt nicht die 2, sondern hier müssen wir eine 0 eintragen. Das ist dann absteigend. Zack und ihr seht, hier fängt es mit 30 an und wir machen jetzt das Gleiche. Wir werden jetzt mal nach dem zweiten Index hier sortieren, also nach der zweiten Spalte. Das heißt, wir nehmen eine 2, werden dann aufsteigend sortieren, indem wir hier wieder als letzten Parameter eine 1 eingeben. Und wenn ich jetzt Enter drücke, dann wird nach dem Text sortiert aufsteigend, Enter gedrückt, ihr seht, fängt mit A an und so weiter, geht so weiter. Und jetzt werden wir das auch mal absteigend machen, das heißt, hier geben wir wieder eine 0 ein und nicht eine 2, wie eben. Und wenn ich das mache, dann wird der Text absteigend sortiert, Enter gedrückt und ihr seht, es fängt mit 12 an. Also eigentlich eine total easy Geschichte wieder und kann einen eine ganze Menge Arbeit sparen. Ich setze das nochmal zurück, standardmäßig 1, 1 und dann wird nach den Zahlen sortiert und zwar hier Index 1 und aufsteigend die 1, Enter gedrückt. Und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, der ein oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch und ein Abo natürlich. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir dann wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.